Ihr seid am häckseln, habt Silage und wollt diese verdichten, dann braucht ihr unbedingt diesen Mod. Ja, das sind Gewichte, bzw. Eingewicht, die klatscht man einfach hier an den Schlepper dran, indem man sie anhängt, logischerweise. Und hat zusätzlich dann pro Gewicht 3 Tonnen, also insgesamt 6 Tonnen, damit lässt sich schon einiges machen. Und das fährt sich natürlich auch gut, wenn der Schlepper dafür auch dementsprechend ausgelegt ist. Und damit lässt sich auch gut die Silage verdichten. Und von Modell und Außen her gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, zu finden natürlich im Bereich Gewichte. Ganz nach hinten gescrollt, wenn man so wahnsinnig standen hat. Und das ist halt doch so ein ordinäres, altes, selbstbetoniertes Gewicht, wie man es einfach so kennt. Ja, kann man dazu nichts sagen. Es kostet 1000 Euro. Und Miete, ja, aber auch drin. So, die Log sagt dazu nur... Die Log sagt dazu... Lizard.ds... Okay... Hm... Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt so. Gar nichts machen. Aber sonst ist es ein Topmod. Die Fehler sind ja uninteressant. Das macht ja nichts. Gewicht funktioniert so weit. Also, viel Spaß. Macht's gut. Gut. Nein, einfach veulent.